Äh, das sollten wir uns mal ansehen. Nein! Ich will doch nicht alle meine... ...Items da rein verwandeln. So. So. Hm. Ja, aber jetzt weiß ich nicht. Kann ich den jetzt... Oh, kann ich sogar. Kann ich den jetzt... Na. Mann, oh, wieso geht das immer nicht? Ich will doch! So. Ich warte an wen da auf. So ne Zipfelmütze. Weser 1. Was wählen wir denn mal? Komm, wählen wir so ein, dann kriegen wir nämlich dieses Ding hier voll. Wir haben jetzt eine bessere Robe an. Und eine bessere Robe ist genau das, was ich brauche, glaube ich. So, einen Pilz nochmal fressen. Hm. Ja, gehen wir rein. So, mitnehmen. Also, fressen eher die ganzen Pilze, die der Typ frisst, ne? Der ist so ein Drogen-Junkie einfach nur. Er hockt hier im Keller vom Kolosseum rum und frisst Drogen. Genauso stellt man sich das vor. Also, hier ist nichts weiter, dann müssen wir jetzt wohl den schlachten. Hei-ja! 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 Und stirb! Au. Nein! Nein! Äh, da sind wir gestorben. Und es hat auch noch mal nichts geändert. Mann, warum machte der uns besser, als wir ihn? Haha! Gerade nochmal gut gegangen. Wir brauchen mehr Yolt. So, da haben wir einen Yolt. Da haben wir einen Yolt. Da müssen wir aber vorbei. Was ist denn das für eine Attacke? Was wählen wir denn? Wir wählen... Oho! Und da! Und da! Und da! Und da! Und da! Da! Können wir den jetzt... Das kostet uns ein Gold, ist das Problem. Aber dann können wir uns den hier hinsetzen und dann können wir da wieder einen draufsetzen, wenn wir wieder einen haben, den wir dann bald auch haben sollten. Und das ist doch die Hauptsache. Hier so einen Pilz fressen. Und weiter geht's. Achso, und hier haben wir plötzlich wieder volles Leben. So. Stirb, du Zauberer! So. Dann heilen wir uns hier ein paar Mal. Und gehen dann an dem vorbei. Oder versuchen es zumindest. Das Problem ist, der macht uns doppelt so viel Schaden wie wir ihm. Nein. Nein. Sind wir wieder im Level davor gefangen. Das ist doch einfach nur traurig. So. Machen wir das mal auf. Machen wir das mal auf. Machen wir das mal auf. Jetzt sind wir den Pilz. Äh, wir machen das hier auf. Gehen da ran. Haben wir jetzt eigentlich unsere ganzen Level überhalten, glaube ich, oder? Praktisch. Praktisch. So. Da. Da. Es geht's wieder nicht. Manno. Wir haben zu wenig Yolt. Was machen wir nun? Jetzt gehen wir hier mal einmal rum und gehen dann hier so. Und dann machen wir da das Fass auf. Das nehmen wir mal mit. Luft schlägt Wasser. Wasser schlägt Feuer. Feuer schlägt Luft. Und Luft schlägt Wasser. Ja, das hatten wir bereits. Wasser, Wasser. Hm. Wasser schlägt Feuer. Und Luft schlägt Wasser. Hm. Gibt's hier ein Wasser? Wir haben hier Feuer. Was nehmen wir mit? Wir nehmen... ... ... ... ... ... ... ... Wieso eigentlich nicht? Manno. Manno. Jetzt scheitert hier ran, dass ich nicht... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dem Ding. Äh, wo geht's denn eigentlich raus? Jetzt finde ich diesen doofen Ausgang nicht mehr. Da muss ich mich wohl mit dem hier prügeln. Der ist stark. Ha, gerade noch mal gut gegangen. So. Muss ich mich jetzt mit dem prügeln. Aber der ist nicht so stark. So. Da ist auch schon der Ausgang. Nehmen wir hier noch so einen und den da raus. Ah, ja. Hier ein Item. Können wir wieder so ein Bild hin tun. Hier fehlt uns ganz genau ein so ein Zauberstab. Und dann haben wir da wieder das nächste Level. Oh, wie praktisch. Ha, ha. Stab des Sprüchesagers. Oder so. Ich weiß es gar nicht. Er wird hier vor allem nicht mal angezeigt, weil wir die Klinge des Musketiers haben. Mal sehen. Das dahin. Und die Klinge legen wir auf die 2. Die Klinge legen wir auf die 2. Ja. Jetzt haben wir hier nämlich den Stab. Können wir mit dem? Nein, keine gute Idee. Äh. Das war nicht so schlau. Jetzt sind wir schon wieder zurück in das Level. So, welche Items haben wir denn noch? Haben wir hier noch Waffen? Gut des Heilers. Oh Gott. Das ist ja eine Qual, sich das auswählen zu müssen. Eieieieieieiei. Eieieieieiei. Fertig machen. Diesen Magier. Den mag ich nicht. Oh, da kriegen wir genau ein Gold raus. Das reicht ja total, um uns zu heilen. So. Einfach mal alles auffressen. Kisten plündern, wie sonst was. Schätze rauben. Hier noch mitnehmen. Noch ein Skelett, das wir nicht mitnehmen können. Ach so, weil der da steht. Das ist natürlich ein Problem. Dann können wir das natürlich nicht tun. Wow, und mehr können wir uns nicht heilen. Weg. Der ist zum Glück nicht so stark. Ach so, das hatten wir auch schon. Was nehmen wir? Jetzt nehmen wir noch so einen. Dann packen wir da den hin. Da packen wir da den hin. Und den packen wir da hin. Den packen wir jetzt nämlich da hin. 3 plus haben wir gekriegt. Was auch immer das jetzt bewirkt. Aber, naja. Es sieht zumindest sehr schön aus im Inventar. Behaupte ich einfach mal. Und wir haben auch neuen Gold wieder. Können wir uns heilen. Und können dann gegen finstere Gestalten antreten. Was nehmen wir denn jetzt somit äh Ja. Hm. Gute Frage. Was würde uns am meisten weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Äh. Hm. Nehmen wir so äh. Haben wir von irgendwas zwei Einsen? Nö. Na gut, nur von dem haben wir das. Helm des Kriegers. Wenn ich jetzt die vier drücke und noch mal die vier, dann passiert gar nichts. dann legen wir die Robe dahin. Legen das auf dann legen wir das auf die legen das dahin. Und statt dem haben wir noch ein anderes. Kapuze des Musketiers. Ach so, das sind immer verschiedene Sets. So, ne? Es gibt hier eine rote Waffe noch oder so. Ich glaube, ich glaube, ich höre aber auch mal auf, weil, äh, ja, ihr habt das Prinzip ja verstanden. Ihr könnt das selbst spielen. Äh, tschau.